Von Klotwig bis Kolumbus. Mehr als Fakten aus finsteren Zeiten. Der Augsburger Mittelalter-Podcast mit Martin Kaufhold, Matthias Kluge und Ulrike Schwanz. Heute sprechen wir über den Frieden von Konstanz, den Kaiser Friedrich Barbarossa 1183 mit dem oberitalienischen Städtenschloss. Diesen Frieden von Konstanz sollte man nicht verwechseln mit dem Vertrag von Konstanz, in dem derselbe Barbarossa 30 Jahre früher mit dem Papst die Bedingungen für seine Kaiserkrönung vereinbarte. Nein, das sollte man nicht. Und die 30 Jahre, die zwischen diesen beiden Verträgen lagen, das waren die Jahre, in denen Friedrich Barbarossa lernen musste, dass auch einem Kaiser in Italien Grenzen gesetzt waren. Das fiel ihm schwer, aber schließlich hatte er keine andere Wahl mehr. Dann sollten wir mit unseren Vorbetrachtungen aufhören und zur Sache kommen. Wir hören einen Ausschnitt aus der Chronik des Benediktinermönchs Otto von St. Blasien. Im Juni 1183 wurde die Stadt Konstanz zum Schauplatz eines feierlichen Hoftages. Kaiser Friedrich Barbarossa war an den Bodensee gekommen. Neben dem Kaiser und seinem Sohn Heinrich, später Heinrich VI., waren Bischöfe, Äbte, Herzöge und Markgrafen nach Konstanz gekommen. Und es waren die Vertreter von 17 oberitalienischen Städten des Lombardenbundes an den Bodensee gekommen. Ihre Gegenwart war der eigentliche Anlass dieses feierlichen Hoftages. Um mit den italienischen Städten Frieden zu schließen, war Barbarossa mit seinem Sohn und Thronfolger nach Konstanz gekommen. Der einzige Bericht, den wir haben, wurde eine Generation später niedergeschrieben und ist eher knapp. Otto von St. Blasien schrieb, Um dieselbe Zeit feierte Kaiser Friedrich an Pfingsten zu Konstanz einen Hoftag. Er empfing die Gesandten Mailands und aller Städte Italiens. Sie hatten einstmals gegen ihn rebelliert, unterwarfen sich ihm aber nun freiwillig. Sie überbrachten ihm die Insignien der Städte mit goldenen Schlüsseln und zeigten sich dadurch unterwürfig. Er gewährte ihnen Verzeihung sowie kaiserliche Gnade, entließ sie und sie trugen Frieden und Freude in das Vaterland zurück. Das klingt zwar zunächst nach einem sehr positiven Bericht, aber gerade dann verwundert es doch, dass er so kurz ausgefallen ist. Ziehen wir zum Vergleich Barbarossas Pfingstfest heran, das 1184 in Mainz stattfand. Darüber wurde ausführlich berichtet. Und das hat es dann auch in alle Bücher über das Rittertum geschafft. Es gab Ritterspiele, Ritterschläge, ja tausende Ritter sollen dort aufgelaufen sein. Und ein Jahr vorher, bei so einem Beweis kaiserlicher Macht, da soll es dann kein vergleichbares Rahmenprogramm gegeben haben. Ja, im Vergleich zu Mainz ein Jahr später bleibt das Zeremoniell hier in der Tat bescheiden. Es gab nicht so viele Beobachter, das hatte vielleicht auch Gründe. Denn so machtvoll, kaiserlich, wie die kaiserliche Seite dieses Geschehen inszenieren wollte, war es bei weitem nicht. Barbarossa musste hier Zugeständnisse machen, gegen die er Jahrzehnte gekämpft hatte. Das kann man am Friedensvertrag sehen, der damals ausgehandelt wurde. Er liest sich, wie ein kaiserlicher Gnaden erweis, solange man nicht auf die Bestimmungen schaut. Ja, die italienischen Städte hatten sich unter der Führung Mailands zu einem Bündnis zusammengeschlossen. Es hatte Krieg mit dem machtbewussten Kaiser gegeben. Barbarossa hatte die Städte belagert, er hatte sogar Mailand, die größte dieser Städte, zerstören lassen und die Einwohner zwangsumgesiedelt. Aber das hatte alles nichts geholfen. Schließlich musste Barbarossa seine Grenzen einsehen und mit diesen selbstbewussten Städten in Verhandlungen über ihren Status im Reich eintreten. Denn diese Städte gehörten zu Reichsitalien und Barbarossa war ihr Kaiser. Er war aus Deutschland keine mächtigen und selbstbewussten Städte gewohnt, aber in Italien hatte er sie kennengelernt. Der Konflikt hatte Jahrzehnte gedauert und nun versuchte man in Konstanz, das Verhältnis auf eine tragfähige Basis zu stellen. Und damit kommen wir zum Programm dieser Folge. Wir behandeln erstens die oberitalienischen Städte. Warum waren sie so besonders und was wollten sie? Zweitens Barbarossas Italienpolitik. Drittens stellen wir dann die Frage, was den Konstanzer Vertrag besonders machte. Was stand also drin? Soweit einverstanden? Etwas irritiert, aber einverstanden. Ich hatte mit vier Punkten gerechnet, aber drei Punkte sind eigentlich klassisch. Fangen wir also mit erstens an. Ja, die oberitalienischen Städte. Warum geriet Barbarossa mit ihnen aneinander? Waren sie anders als die deutschen Städte? Ja, das waren sie wohl. Einer der bedeutendsten Geschichtsschreiber dieser Zeit. Barbarossas Onkel Otto von Freising der Italien kannte, zeigte sich verwundert angesichts dieser Städte. Zitat Sie lieben die Freiheit so sehr, schrieb er, dass sie sich jedem Übergriff der Macht entziehen und sich lieber von Konsulen als von Kaisern regieren lassen. Dass sich seine Untertanen lieber von Konsulen als von kaiserlichen Herrschern regieren ließen, das war für Barbarossa und für sein Gefolge eine ungewohnte Situation. Es war eine Situation, mit der die staufischen Herrscher nie so wirklich zurechtkamen. Nun, diese italienischen Städte hatten ja schon eine längere Tradition urbanen Lebens und Selbstbewusstseins als viele deutsche Städte, selbst wenn die von den Römern gegründet worden waren. Wir sprechen hier von Städten wie Mailand, Bergamo, Brescia, Verona, Bologna, Mantua und vielen weiteren. Einige von ihnen waren die größten Städte jener Zeit in Westeuropa. Ja, Mailand soll zur Zeit Barbarossas zumindest 100.000 Einwohner gehabt haben, vielleicht sogar doppelt so viel. Die größte deutsche Stadt Köln hatte vielleicht 20.000 Einwohner. Das war eine ganz andere Größenordnung und damit auch ein ganz anderer Auftritt gegenüber einem Kaiser und seinen Rittern. Zum Mailand müssen wir nochmal kommen, denke ich. Daran hat sich Barbarossa, wie ja auch später Friedrich II., regelrecht abgearbeitet. Aber wie präsent war denn nun diese römische Tradition in diesen Städten noch? Wenn man auf Rom schaut, dann bekommt man Zweifel. Die Millionenstadt der Antike war zur Zeit Barbarossas ja zu einem sehr mittleren Format heruntergefahren. Man lebte zwischen den antiken Ruinen. Aber das mittelalterliche Rom war keine Macht mehr. Das stimmt. Rom war als Stadt keine Macht mehr. Rom war auch kein Teil des lombardischen Städtebundes. Rom lebte von seiner Erinnerung an die Kaiserzeit und von seiner Gegenwart als Stadt der Päpste. Aber Mailand zum Beispiel hatte schon in der Spätantike eine ganz eigene Stellung beansprucht. Und zur Zeit Barbarossas konnte es diese Stellung auch ausfüllen. Nach dem Niedergang des römischen Reiches hatten die Bischöfe der Stadt die Stadtherrschaft übernommen. In Mailand hatte es so bedeutende Figuren wie Ambrosius gegeben und die Bischöfe führten diese Stadtherrschaft bis in das 11. Jahrhundert hinein fort, in einigen Fällen sogar noch länger. Doch im 11. Jahrhundert wurde diese bischöfliche Stadtherrschaft schließlich durch die Stadtregierung der Konsulen abgelöst. Ja, das können wir auch in Deutschland beobachten, jedoch erst im 13. Jahrhundert. Da waren die italienischen Städte bereits früher dran. Hier setzte sich die Herrschaft der Konsulen bereits im 11. Jahrhundert durch. Man hat daher auch von einem Entwicklungsgefälle gesprochen. Vielleicht erinnern Sie sich noch an die Aufstände, die sich während des Investiturstreits in Mailand vollzogen. Wir haben im Kanossa-Podcast davon gehört. Die richteten sich gegen die Bischöfe. Ja, das war im 11. Jahrhundert zum Unmut des Hohen Klerus, der bis dahin das Sagen gehabt hatte. Und wer waren nun diese Konsulen, die nun die Stadtherrschaft antraten? Die Bischöfe hatten ja in der Zeit ihrer Stadtherrschaft die Stadt nicht allein regiert. Sie regierten gemeinsam mit einem Rat der wichtigen Männer der Stadt. Der Rat des Bischofs, das Konsilium, in dem die mächtigen und einflussreichen Familien der Stadt vertreten waren, der erlangte dann in dem Maße mehr Einfluss und politische Gestaltungsmöglichkeit, in dem diese Familien von der wirtschaftlichen Entwicklung profitierten. Wir schlagen also wieder den Bogen zum wirtschaftlichen und sozialen Aufbruch im späten 11. Jahrhundert. Wirtschaftshistoriker haben von einer kommerziellen Revolution gesprochen. Dieser Aufbruch veränderte auch die Situation des Adels. Von einem Bischof erwartete man einen repräsentativen Haushalt. Und die Aufrechterhaltung seines gesellschaftlichen Auftritts kostete erhebliche Mittel. In Italien gab es viele alte Städte, es gab viele Bischöfe, es gab viele Bistümer. Aber diese Bistümer waren notgedrungen klein und sie waren häufig arm. Für den Bischof bot die zunehmende Geldwirtschaft im 12. Jahrhundert auch die Möglichkeit, einzelne Teilrechte seiner Stadtherrschaft, wie etwa die Instandhaltung und Bewachung bestimmter Abschnitte der Stadtmauer, an die Bürgerschaft zu veräußern. Er erhielt dadurch notwendige Mittel und die Bürger erlangten eine zunehmende Kontrolle über die Stadt. Genau, es war häufiger ein Prozess der allmählichen Ablösung. Das Ende der bischöflichen Stadtherrschaft wurde früher so als ein dramatisches Ringen gesehen. Das klingt auch spannender. Aber die jüngere Forschung sieht die Ablösung der bischöflichen Stadtherrschaft eher als einen relativ friedlichen Vorgang. Die Bischöfe wurden zum Teil einfach ausgekauft. Das war ein rationales Vorgehen in einem Umfeld, in dem Herrschaftsrechte von persönlichen Diensten in finanzielle Abgaben umgewandelt wurden. Und so ergab sich für eine aufstrebende städtische Bürgerschaft die Möglichkeit, durch ihren Wohlstand politische Mitsprache zu gewinnen. Ja, und in allen wichtigen Städten Oberitaliens war dieser Vorgang um 1080 abgeschlossen. Diese städtische Autonomie wurde dadurch ermöglicht, dass Italien keinen mächtigen und keinen präsenten Herrscher hatte. Der deutsche Herrscher, der auch die römische Herrschaft beanspruchte, beanspruchte in Italien eine Oberherrschaft. Aber er regierte nicht in die Tagespolitik hinein, was er ja auch in Deutschland nicht tat. Aus dieser Konstellation ging die eigentümliche italienische Städtelandschaft hervor, mit der die angehenden Kaiser dann auf ihren Italienzügen in Konflikt kamen. Und dieser italienische Vorsprung in der städtischen Entwicklung, der sorgte dann auch bei Otto von Freising für die Irritation über den Freiheitsdrang der italienischen Städte. Weil in Deutschland Städte eben noch eher von Herren und von Bischöfen regiert wurden. Und er war ein Bischof. Ja, und mit Blick auf diesen Freiheitsdrang müssen wir nun noch über die besondere Verfassung dieser italienischen Städte sprechen. Es war diese Verfassung, die Kaiser Barbarossa so aufbrachte. Ja, Sie sprechen hier von der Kommune. Ja, wir sprechen über die Kommune. Die Stadträte beanspruchten, als Vertreter des städtischen Patriziats die wichtigen Fragen der städtischen Politik in eigener Zuständigkeit zu entscheiden. Aber Sie taten das nicht nur als Vertreter des städtischen Adels oder der reichen Kaufleute und erfolgreichen Handwerker. Sie taten das im Namen der ganzen Stadt. Die Bürger der italienischen Städte bildeten Gemeinden. Politisch-rechtliche Gemeinschaften, die ihre Belange selber regeln wollten. Diese Gemeindebildung war ein Vorgang, in dem sich die Bürger einer Stadt zu einer Schwurgemeinschaft zusammenschlossen, zu einer sogenannten Communitas. Ja, Kommune, das war der zentrale Begriff. Eine solche Communitas war eine Rechtskörperschaft, die den Anspruch erhob, eigene Entscheidungsorgane bestellen zu können. Die städtische Gemeinde trat damit in Konkurrenz zu ihrem eigentlichen Stadtherrn. In Deutschland waren die Städte schwächer und die Stadtherrn, der König, die Bischöfe und der Adel, die ließen eine solche Gemeindebildung gar nicht erst zu. Ja, für uns heute klingt der Begriff Kommune vielleicht nicht besonders selbstbewusst. Die Krise der Kommune ist ja auch eines der großen Probleme der Gegenwart, oder? Ja, und gerade daran können wir den historischen Wandel ablesen. Im Mittelalter ließ sich der Aufstieg der Kommunen als politischer Größe daran ablesen, dass die Kommunen die Verantwortung für wichtige und teure Projekte der Stadt für sich reklamierten. Zum Beispiel für die Stadt Tore, wie in Augsburg. Sie konnten nun kontrollieren, wen sie ein- oder ausließen, aber sie mussten auch die Baulast für den Unterhalt tragen. Das nahmen sie auf sich, weil sie es konnten. Ja, und heute ist die Kommune Augsburg froh über jedes größere Projekt, das sie an den Staat abtreten kann, wie die Stadt- und Staatsbibliothek oder das Theater. Hier sehen wir einen sehr direkten Zusammenhang zwischen den wirtschaftlichen Möglichkeiten und der städtischen Kontrolle. In der Tat. Gerade solche Vergleiche zeigen uns den historischen Wandel. Und sie zeigen auch, dass wir vielleicht an einem Einschnitt in einer langen historischen Phase stehen, in der mittlere Städte wie Augsburg als relativ eigenständige Akteure noch bedeutende Akzente setzen konnten. Diese Phase begann in Italien im 11. und 12. Jahrhundert, in Deutschland eher im 13. Jahrhundert. Ja, und in dieses Mittelalter sollten wir jetzt auch wieder zurückkehren. Wir waren ja stehen geblieben bei der Bildung der Kommune als ein Zeichen des städtischen Selbstbewusstseins. War das jetzt eine Provokation für Barbarossa? Da kam noch etwas hinzu. Die Kommune war ja in Barbarossas Zeit schon eine Tatsache. Und es war eine Tatsache, die den Herrschern der Zeit nicht gefiel. Aber es ging noch weiter. Ja, Augenblick mal, was missfiel denn den Herrschern nun an der Kommune? Ich gehe davon aus, dass wir hier nicht nur von Kaisern und Königen, sondern eben auch von Landesherren und Stadtherren, von Herzögen und von Bischöfen sprechen. Ja, von einer obrigkeitlich ordnenden Gewalt. Für diese Herrscher galt das Selbstverständnis, dass sie das Recht und den Frieden garantierten. Das galt nicht nur für Barbarossa, sondern es galt auch für seine Vorgänger und es sollte auch für seine Nachfolger gelten. Kaum jemand hat das so markant formuliert wie Barbarossas Enkel Friedrich II., der Barbarossas Politik gegenüber Mailand fortsetzte im Anspruch und im Scheitern. Für diese Kaiser war der Herrscher der Garant der Ordnung. Wenn es unterhalb des Kaisers weitere Ordnungskräfte gab und es musste sie ja geben, anders war ein solches Reich gar nicht zu regieren, dann empfingen die ihre Legitimation aus der Hand des Kaisers. Ihre Stellung war also eine Position abgeleiteter Legitimation. Es war entscheidend für einen selbstbewussten Herrscher, dass es in seinem Reich niemanden gab, der diese Herrschaftsposition in Frage stellen konnte. Und das geschah durch die Kommune. Sie beanspruchte die Regelung ihrer Angelegenheiten aus eigener Kraft und in eigener Regie. Okay, aber Sie haben ja bereits gesagt, dass die Kommune in Italien gar kein neues Phänomen mehr war. Es hatte sie schon zu Zeiten von Heinrich IV. gegeben. Und an den konnte sich Herr Barbarossa kaum noch erinnern. Und er hätte es vielleicht auch gar nicht gewollt, selbst wenn er es gekonnt hätte. Aber Sie haben natürlich recht, die Kommune war nicht mehr ganz neu. Aber Barbarossa war auch kein moderner Herrscher. Er konnte sich an Zuständen reiben, die es schon eine Zeit lang gab, die ihm aber nicht gefielen. Er sah sich selber ja als direkten Nachfolger der antiken römischen Kaiser. Er hat sogar eine Novelle, also einen Zusatz zum römischen Recht verfassen lassen. Als ob dieses Kaiserrecht nach wie vor gelten würde und das Kaiserreich nach wie vor bestehen würde. Und dieses Corpus Juris Civilis war ja eigentlich im frühen 6. Jahrhundert zusammengestellt worden. Der selbstbewusste Auftritt Mailands provozierte ihn einfach. Und die Mailänder legten es sicher auch darauf an. Ja, und man wird auch betonen müssen, dass die kaiserlichen Ansprüche, die er aus seiner Herrschaftsgewalt über die italienischen Städte ableitete, und es ging hier wieder um die beim Wormser Konkordat schon angesprochenen Regalien, dass diese Ansprüche auch reale wirtschaftliche Forderungen bedeuteten. Es ging also nicht nur um Ordnungsdenken, es ging auch ums Geld. Bei einer Stadt wie Mailand sogar um recht viel Geld. Wir sind hier eigentlich schon beim zweiten Punkt bei Barbarossas Italien-Politik. Die Punkte sind diesmal etwas ungleich gewichtet, aber das liegt in der Natur des Themas und in unserem zeitlichen Rahmen. Also Punkt 2 würde ich sagen, Barbarossas Italien-Politik ein wenig gerafft. Ja, Barbarossa unternahm ja insgesamt fünf Italien-Züge. Und er verbrachte dabei mehr als elf Jahre in Italien. Das war viel Zeit. Und daraus können wir auch ersehen, welche Bedeutung Italien für Barbarossa hatte. Vielleicht sollten wir diese Züge im Hinblick auf unser Thema einmal kurz zusammenfassen. Nun, Barbarossa begann seine tatsächliche Italien-Politik mit einem großen Hoftag in Roncaglia in der Po-Ebene auf seinem zweiten Italien-Zug. Der erste Italien-Zug hatte ihn 1155 zur Kaiserkrone gebracht, wobei er sich den Weg zum Petersdom mit der Unterstützung von Heinrich dem Löwen freikämpfen musste. Und jetzt versammelte er im Jahr 1158 als Kaiser die Vertreter der italienischen Städte, um die kaiserlichen Rechtsansprüche klarzumachen. Er ließ sich dabei von den vier führenden Fachleuten des römischen Kaiserrechts aus Bologna unterstützen. Zoll, Münz, Wege und Gerichtsrechte wurden als Rechte des Kaisers definiert und die Vertreter der Städte mussten diese Festlegung beeiden. Es waren wichtige Rechte, denn dabei ging es, wie Sie schon gesagt haben, um viel Geld. Das war Geld, das die Städte bislang für ihre Ausgaben verwendet hatten. Und jetzt beanspruchte dieses Geld der Kaiser in einem Umfang, der in der Praxis neu war, wenn auch das antike römische Recht die kaiserlichen Forderungen zu rechtfertigen schien. Und hier regte sich bereits der Unmut. Barbarossa ließ diese kaiserlichen Forderungen nämlich auch eintreiben. Und dagegen formierte sich der Widerstand, den Mailand anführte. Barbarossa konnte die Rebellen zunächst besiegen, aber dann erfolgte ein Schritt, den auch sein Enkel Friedrich II. gegenüber Mailand exekutierte. Die Staupfer waren nämlich keine guten Sieger. Sie hätten bei Otto I. lernen sollen, wie man nachhaltig siegt. Mit Großmut. Aber Barbarossa bestand darauf, den vormals mächtigen Gegner zu demütigen. 1162 wurde die besiegte Stadt Mailand zerstört und die Bewohner wurden auf vier getrennte Gemeinden verteilt, die künftig keine eigene Stadtmauer mehr haben durften. Ja, Mailand sollte regelrecht ausgelöscht werden, was sich allerdings nicht als sehr nachhaltig erwies. Ja, eher im Gegenteil. Diese Politik führte 1167 nämlich zur Bildung des sogenannten Lombardischen Städtebundes. Dieser erste Lombardische Städtebund, weil es später noch einen zweiten geben sollte, stand unter Führung des von Barbarossa gedemütigten Mailand. Zitat jetzt aus einer Chronik aus Lodi. Darum schlossen sie sofort ein Bündnis unter allen. Und sie setzten untereinander einen festen Termin, an dem alle nach Mailand ziehen und die Mailänder in die Stadt bringen und sich mit ihnen so lange in der Stadt aufhalten sollten und ihnen bei der Wiederaushebung der Gräben helfen sollten, bis die Mailänder sich zutrauten, sicher aus eigenem Vermögen sich in der Stadt zu behaupten. Dies ist der anonyme, zeitgenössische Bericht eines Chronisten aus Lodi, der diese Entwicklung darstellt. Ja, und damit sind wir doch bei der eigentlichen Provokation. Denn dieser Lombardische Städtebund, der Quellenbegriff war Soziertas, da war nun sogar noch eine Steigerung der ungeliebten Kommune. Ja, Soziertas ist die Bezeichnung für diesen Bund der Städte. Und diese Soziertas wird den italienischen Städten in der Urkunde des Konstanzer Friedens zugestanden. Soziertas bedeutet Gesellschaft, eine politische Gemeinschaft, eine handlungsfähige Körperschaft aus eigenem Recht, mit eigenen Regeln, mit eigenen Organen, eine Art gesteigerte Kommune. Für Barbarossa war das eine Anmaßung. Für ihn waren diese Leute Rebellen gegen seine Krone. Und deshalb ist die Verwendung dieses Begriffs im Konstanzer Dokument so aufschlussreich. Sie zeigt nämlich, dass der Konstanzer Frieden keineswegs allein aus der Fülle der kaiserlichen Gnade entsprang, wie die staufische Rhetorik hier gerne glauben machen möchte. Aber dazwischen ist doch noch etwas passiert, zwischen dem Zusammenschluss des lombardischen Städtebundes und dem Konstanzer Frieden. Freiwillig hätte Barbarossa doch ein solches Dokument nicht ausgestellt. Sicher nicht. Für ihn waren diese Leute Rebellen und sie blieben es. Es zeigte sich nur, dass diese Rebellen stark genug waren, sich zu behaupten. Ja, wann zeigte sich das? Am 29. Mai 1176 in Lenjano. Im Jahr 1175 waren beide Seiten eigentlich der vielen Kämpfe müde und hatten bereits Vorverhandlungen aufgenommen. Der Friede scheiterte an den weitgehenden Forderungen des Kaisers gegenüber Mailand und den Städten. Und so kam es am 29. Mai 1176 zur Schlacht bei Lenjano. Dort trafen die deutschen Ritter auf ein überlegenes Heer der Mailänder und ihrer Verbündeten. Nach der Niederlage war der Kaiser selber für mehrere Tage verschollen und galt sogar als tot. Barbarossa hatte diesen Kampf aus einer ungünstigen Position heraus aufnehmen müssen, denn er hatte zu wenig Ritter. Und in dieser Bedrängnis wandte er sich an Herzog Heinrich den Löwen um Unterstützung. Ja, in Schiavenna soll Barbarossa sogar vor Heinrich auf die Knie gefallen sein, um ihn zur Hilfe zu bewegen. Heinrich der Löwe lehnte die Unterstützung des Kaisers ab, aber das ist eine ganz eigene Geschichte. Die Schlacht verschob die Gewichte zwischen dem Kaiser und dem Lombardenbund so sehr, dass die Verhandlungen nun zwischen zwei fast gleich starken Verhandlungspartnern geführt werden mussten. Wobei wir Kräfteverschiebungen gegenüber der päpstlichen Kurie hier ganz außer Acht lassen müssen. Barbarossa hatte sich ja 17 Jahre lang geweigert, Papst Alexander III. anzuerkennen, und nun musste er sich ihm in Venedig mit einem Fußkuss unterwerfen. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, die Jahre nach 1176 waren schwierige Jahre für Barbarossa. Das wird man sagen können. Hier müssen wir die Interessierten auf die Biografie von Knut Görig verweisen, der sich da besser auskennt als wir. Ja, wir müssen ja auch auf die Zielgerade und erklären, wie man nun nach Konstanz kam. Man verhandelte. Gekämpft war genug. Und diesmal kannte Barbarossa seine Grenzen. Am 30. April 1183 kam es in Piacenza zu einem Vorvertrag zwischen Vertretern Barbarossas und der Städte. Ja, und damit sind wir schon bei Punkt 3. Quasi in einem fliegenden Übergang. Bei der Frage, was den Konstanzer Vertrag so besonders machte. Dieser Vertrag war ja das Zugeständnis an die verbündeten Städte, dass ihr Zusammenschluss rechtmäßig war. Die italienischen Städte erhielten mit ihrer Selbstverwaltung einen Platz in der Herrschaftsordnung des Reiches. Was in Konstanz hier als huldvoller Gnadenakt erschien, war tatsächlich mühsam ausgehandelt worden. Es gab viele Interessen zu berücksichtigen und wir müssen uns klar machen, dass die oberitalienischen Städte auch jeweils sehr eigene Interessen verfolgten. Die Urkunde sah vor, dass die Städte ihre Konsulen wählen konnten und dass diese Konsulen dann vor ihrem Amtseintritt eine Bestätigung des Kaisers einholen mussten. Diese Formalität wahrte den kaiserlichen Anspruch, dass die legitime weltliche Macht im Reich tatsächlich von ihm ausging. Aber der Kernpunkt war, dass Barbarossa den Städten einen hohen Grad politischer Selbstbestimmung einräumen musste, der sich in der Auswahl der Konsulen und in dem Recht auf die künftige Bildung einer Gesellschaft, also einer Soziertas, und das bedeutet eines Städtebundes, niederschlug. Dann können wir ja eigentlich schon eine Bilanz ziehen. Im Frieden von Konstanz wurde das politische Potenzial städtischen Lebens klar sichtbar. Dieses städtische Potenzial in Italien zeigte dem immer herrschaftsbetonten staufischen Kaiser seine Grenzen auf. Es waren Grenzen, die die Staufer im Grunde nie überwandten und die zu ihrem Scheitern in Italien sicher erheblich beigetragen haben. Ja, dann kommen wir nun schon zu den Daten. Also, um 1080 ist die Durchsetzung der Konsularverfassung in den Städten Oberitaliens anzusetzen. 1155, erster Italienzug und Kaiserkrönung Barbarossas. 1158, der zweite Italienzug mit dem Hoftag von Roncalia und der Verkündung der Regalienpolitik von Barbarossa. 1162, dann die Zerstörung Mailands und die Umsiedlung der Bewohner durch Barbarossa. Im Jahr 1167 wird der erste Lombardenbund unter Führung des wiedererstarkten Mailand ins Leben gerufen. Dann am 29.05.1176, Schlacht von Lenagno und Niederlage Barbarossas. Im Jahr 1177 war der Friede von Venedig zwischen Barbarossa und Papst Alexander III. Am 30.04.1183 Vorvertrag zwischen Vertretern der oberitalienischen Städte und Gesandten Barbarossas. Und am 25. Juni 1183 der Friede von Konstanz. Das war der Mittelalter-Lehr-Podcast aus der nicht mehr ganz so selbstbewussten Stadt Augsburg. Bleiben Sie uns trotzdem gewogen. Das war der Mittelalter-Lehr-Lehr-Lehr-Lehr-Lehr-Lehr-Lehr-Lehr-Lehr-Lehr-Lehr-Lehr-Lehr-Lehr-Lehr-Lehr-Lehr-Lehr-Lehr-Lehr-Lehr-Lehr-Lehr-Lehr-Lehr-Lehr-Lehr-Lehr-Lehr-Lehr-Lehr-Lehr-Lehr-Lehr-Lehr-Lehr-Lehr-Lehr-Lehr-Lehr-Lehr-Lehr-Lehr-Lehr-Lehr-Lehr-Lehr-Lehr-Lehr-Lehr-Lehr-Lehr-Lehr-Lehr-Lehr-Lehr-Lehr-Lehr-Lehr-Lehr-Lehr-Lehr-Lehr-Lehr-Lehr-Lehr-Lehr-Lehr-Lehr-Lehr-Lehr-Lehr Vielen Dank.